Einen floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es mal etwas, was wahrscheinlich die meisten erfreuen wird. Und zwar haben wir in dem Trailer der neuen Season, die jetzt aktuell läuft, einen spitzenen Skin gesehen. Ich tue euch mal hier das Ganze einblenden. Jetzt denken wahrscheinlich auch, oder die meisten denken wahrscheinlich, hmm, Renegade Raider, neuer Stil. Kommt Renegade Raider wieder in den Job? Oh my god, my screen is shaken. Der Shop aktualisiert sich jede Sekunde, alle OG-Skins kommen auf einmal rein. Dieser Skin ist ein Skin und kein Stil. Das bedeutet, dieser Skin wird sehr, sehr wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, einzeln in den Item-Shop kommen. Der Renegade Raider bleibt wie immer draußen. Der kommt nicht in den Item-Shop und das ist auch kein weiteres Stil für den Renegade Raider. Das ist ein eigener Skin, den wir wahrscheinlich dann für 1200 V-Bucks oder 1500 V-Bucks kaufen können. Ich gehe mal von einem blauen Skin, also selten 1200 V-Bucks aus. Würdet ihr euch den Skin kaufen? Ich werde ihn mir sehr wahrscheinlich kaufen, weil ich finde den Renegade Raider ja somit den geilsten OG-Skin. Recon Expert habe ich mir nicht gekauft, finde den Skin einfach kacke hässlich. Ja, kann man nicht, kann ich nichts anderes zu sagen. Dieser Skin hier wird wahrscheinlich einzeln so im Shop kommen. Wann ist unklar? Wahrscheinlich in den nächsten Wochen im Verlauf der Season. Wenn er nicht wie andere verscholten bleibt, aber da er auch im Trailer zu sehen war, wird er sehr, sehr wahrscheinlich diese Season die nächsten Wochen, vielleicht auch schon die nächsten paar Tage in den Shop kommen. Hat er was mit der Story zu tun? Wir wissen es nicht, sieht wie ein Krieger aus, keine Ahnung. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Abonnieren, Glocke aktivieren, auch gerne den Creator-Code eintragen, wenn ihr euch den, ja, Skin kauft. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute! Ciao, Leute!